. Das ist aber auch kein Schwung, weil man einfach ein Heilungsproblem hat. Wir leben zum Beispiel in Zeiten der 7000-Jährigen-Mädagung und der Krieger-Kennung. Aber gleichzeitig sind Frauen und die Verwerbungen in Sachsen, wo wir uns hoch und wir uns mal gehen und so ein bisschen Probleme haben. Das wollen wir endlich! Das ist ein kurzer Ausdruck! Das ist ein kurzer Ausdruck! Das ist ein kurzer Ausdruck! Das ist ein kurzer Ausdruck!